In nahezu jedem Gebäude sind elektrische Schalter zu finden, die je nach Schaltposition den elektrischen Stromkreis unterbrechen oder diesen schließen. Beim Anschluss eines einpoligen Schalters, wie er etwa bei einer Ausschaltung zum Einsatz kommt, ist jedoch zwingend darauf zu achten, dass der Außenleiter und keinesfalls wie hier fälschlicherweise zu sehen der Neutralleiter mit den Schaltkontakten verbunden wird. Was es damit auf sich hat und warum es in manchen Fällen trotzdem sinnvoll sein kann, zusätzlich zum entsprechenden Außenleiter den Neutralleiter zu schalten, erkläre ich in diesem Video. Aus funktionstechnischer Sicht ist bei einem einphasig betriebenen Gerät egal, ob der Schalter den Außenleiter oder den Neutralleiter auftrennt. In beiden Fällen wird der Stromkreis unterbrochen und der angeschlossene Verbraucher wird ausgeschaltet. Jedoch birgt das alleinige Schalten des Neutralleiters ein erhebliches Sicherheitsrisiko, weshalb dies in der Praxis keinesfalls so umgesetzt werden darf. Denn obwohl der Verbraucher scheinbar vom Netz getrennt wurde, liegen weiterhin die 230 Volt Netzspannung am Gerät an. Diese scheinbare Spannungsfreiheit kann somit beispielsweise an einem defekten Gerät oder etwa beim Wechsel eines Leuchtmittels eine erhebliche Gefahr darstellen. Nur durch das Schalten des Außenleiters liegt am Gerät tatsächlich keine Spannung an. Dies sollte auch beim Einsatz von schaltbaren Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern berücksichtigt werden. Denn immer wieder sind Artikel zu finden, die über einen einpoligen Schalter verfügen. Da diese Artikel jedoch in der Regel über einen Schutzkontaktstecker verfügen, ist ein Verpolungsschutz nicht gewährleistet. Somit besteht je nach Steckvariante auch nur eine 50%ige Chance, dass der Außenleiter abgeschaltet wird und das Gerät somit tatsächlich spannungsfrei ist. Dieser Sachverhalt soll mit einem einpolig geschalteten Zwischenstecker, der in eine Schutzkontaktsteckdose eingesteckt wird, anschaulich verdeutlicht werden. Als zu schaltender Verbraucher wird eine Leuchte angeschlossen. Wie gewünscht kann das Licht nun mit dem Schalter des Zwischensteckers geschaltet werden. Im ausgeschalteten Zustand zeigt der zweipolige Spannungsprüfer beim allpoligen Messen zunächst keine Spannung an. Dies ist der Optimalzustand, bei dem der Außenleiter über den Schalter unterbrochen wird. Wird jedoch der Zwischenstecker andersherum in die Steckdose eingesteckt, liegt plötzlich im ausgeschalteten Zustand weiterhin die volle Netzspannung von 230 Volt zwischen Außenleiter und Schutzleiter an. Zwischen Neutralleiter und Außenleiter kann jedoch keine Spannung gemessen werden. Somit kann auch kein Strom zwischen Außenleiter und Neutralleiter fließen, weshalb die Leuchte weiterhin ausgeschaltet bleibt. Sollte nun an dem Verbraucher ein Defekt auftreten, beispielsweise durch das Brechen des Glaskörpers des Leuchtmittels, kann es dennoch zu einem Stromunfall kommen. Und das, obwohl das Gerät ausgeschaltet war. Diese Gefahr besteht ebenfalls bei einem falsch installierten Lichtschalter. Daher ist bei der Installation zwingend darauf zu achten, dass immer der Außenleiter und keinesfalls nur der Neutralleiter durch den Schalter unterbrochen wird. Um dies auch bei Steckdosenleisten zu gewährleisten, wird hier in der Regel ein zweipoliger Schalter verwendet, der gleichzeitig den Außenleiter und den Neutralleiter unterbricht. Doch wieso kann es unter Umständen sinnvoll sein, einen solchen zweipoligen Schalter auch in der Elektroinstallation einzusetzen. Hierbei kann es ohne weiteres ja nicht zu einer Umpolung von Außenleiter und Neutralleiter kommen, wie etwa bei Geräten mit einem Netzstecker. Man sollte jedoch beachten, dass durch das Kurzschließen von Neutralleiter und Schutzleiter unter bestimmten Umständen ein Fehlerstromschutzschalter, oder auch RCD genannt, auslöst. Auch wenn der zugehörige Stromkreis etwa mit einem Leitungsschutzschalter einpolig abgeschaltet wurde. Die Gründe hierfür möchte ich in einem zukünftigen Video nennen. Im Außenbereich kann somit etwa durch Feuchtigkeitseintritt an elektrischen Geräten oder eine absichtliche Überbrückung von Neutralleiter und Schutzleiter ein RCD zum Auslösen gebracht werden. Die Folge wäre, je nach Absicherung, ein Stromausfall im gesamten oder in einem Teil des Gebäudes. Um dem entgegenzuwirken, kann es sinnvoll sein, einen zweipoligen Schalter zu verbauen, der sowohl den Außenleiter als auch den Neutralleiter unterbricht. In diesem Fall soll eine Steckdose für den Außenbereich mit einem zweipoligen Schalter geschaltet werden können. Der Schalter sollte bei dieser Verwendung für die maximale Stromstärke von 16 Ampere, mit der die Steckdose belastet werden darf, ausgelegt sein. In diesem Beispiel führt eine dreiadrige Leitung von einem Kleinverteiler zur ersten Dose, in der der zweipolige Schalter installiert werden soll. Von dieser führt eine zweite dreiadrige Leitung weiter zu einer zweiten Dose, in der die Steckdose installiert wird. Vor den Arbeiten müssen wie immer die fünf Sicherheitsregeln eingehalten werden. Zunächst werden in der ersten Dose die beiden Schutzleiter miteinander verbunden. Hierfür eignen sich kompakte Verbindungsdosenklemmen. Nun kann der zweipolige Schalter verbaut werden. Dieser besteht im Grunde aus zwei Ausschaltern, die gleichzeitig über eine Wippe geschaltet werden. Man sollte sich somit zunächst vergewissern, welche Anschlussklemmen zusammengehören. Hier kann man sich gegebenenfalls an dem aufgedruckten Plan orientieren oder man nimmt einen Durchgangsprüfer zu Hilfe. Nun kann der ankommende Außenleiter vom Kleinverteiler mit der entsprechend gekennzeichneten Klemmen des Schalters verbunden werden. An der gegenüberliegenden zugehörigen Klemme wird der weitergehende Außenleiter zur Steckdose angeschlossen. An den anderen beiden Kontakten werden die beiden Neutralleiter ebenfalls dem Aufdruck entsprechend angeschlossen. Sollten in dieser Dose mehrere Neutralleiter von verschiedenen Geräten ankommen, ist zwingend darauf zu achten, dass die korrekten Adern mit dem Schalter verbunden werden. Ebenfalls sollte man sich nochmals vergewissern, dass der Schalter wie hier zu sehen angeschlossen wurde. Der Schalter kann nun eingebaut werden. In der zweiten Dose wird die Steckdose, wie bereits in einem anderen Video ausführlich gezeigt, angeschlossen. Sofern alle Arbeiten korrekt abgeschlossen wurden, kann die Steckdose nun zweipolig geschaltet werden. Gleichermaßen können auch andere einphasig betriebene Verbraucher, wie etwa eine Außenleuchte, mit einem zweipoligen Schalter ausgestattet werden. Bei Heizungs-Notschaltern kommt ebenfalls häufig ein zweipoliger Schalter zum Einsatz. Alle verwendeten Werkzeuge und Materialien finden Sie in der Videobeschreibung. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung, einen Kommentar oder ein Abo freuen. Bis zum nächsten Video.